. Hoi! Hallo! Hoi, schau, schau, hoi! Sie haben uns jetzt ausgedacht. Was? Ich bin gestern. Hoi! Hast du auch schon mal hier gespielt? Ja. Was ist denn gut? Ja, ich habe noch mal so gespielt. Ich meine, die Leute wollen hier rein und raus gehen. Das heisst, sie können sich hier an die Tische rausnehmen. Für was? Wenn die Leute da rein sind, dann hat es doch keinen Platz an die Tische. Für die Leute? Die Gastronomie, mein ich. Das ist nicht da. Das ist nicht da? Nein, nein. Das ist nicht da. Hoi, hoi! Das ist doch, was du? Das ist doch, was du? Ja, was ist denn? Ja. Ich kann dir die Tische rausnehmen? Ich kann dir die Tische rausnehmen. Hallo Leute! Müssen wir es morgen durchmachen? Ich kann es nicht mehr zu präsentieren. In der Hausnacht sind wir immer tipptopp. Nein, nein, nein. Ich meine, es ist jetzt auch unruhig. Unruhig. B, 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 C, C, C. Ich sage mal ein C-Sport-K. Dann kommt der B-Teil. Jetzt ist es schon nicht drüber. Für das sind ja die Löffel hier. Wir können es jetzt grösser machen. Dann können wir es irgendwie kaufmässig ansehen. Ja, ja. Das können wir nicht tun. Gut. Es führt ja auch wieder zum Schub. Geil! Das ist Schluss. Haben wir etwas gegenseitig? Nein, wir haben es nicht. Vorher ist das Haus, aber da sind alle auf der Straße. Und dann kommt der Bass. Ich glaube, wir werden uns ein. Okay. Wir werden es nachher machen. Nachher gibt es nachher. Schau mal an. Ihr macht es nur beim ersten Mal. Ja, genau. Das ist ein Zeug, oder? Also der Betal wäre fertig. Vor beiden, wir machen es nur beim ersten Mal. Hierjes kam ein Schuss in der Zeit. Dieser Pass aus dem Betal wäre ein Schuss, oder? Das ist ein Zeug aber nicht so. Der Tag ist eine Dezleutung. Ja, das war alles. Der Tag ist ein Zeug zu sein. Ich habe immer versucht, Musik 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 Hoi. Musik 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 Servus, tschüss! 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 Tschüss!